Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns nach wie vor in der Vorlesungsreihe zur Chemie, sind hier beim 17. Video oder der 17. Präsentation, je nachdem was man möchte, angekommen und wir werden uns heute mit dem wichtigen Thema der Aldehyde, Ketone und Enole befassen. Und warum nehmen wir gleich alle drei? Naja, weil sie halt, sag ich mal, mehr oder weniger ähnlich sind und zusammengehörig sind und daher besser nicht getrennt betrachtet werden sollten. Abgebildet habe ich hier ein paar Himbeeren. Warum? Weil viele Aldehyde, Ketone und Enole Geschmacks- und Geruchsstoffe sind, die in diversen Sachen vorkommen und so zum Beispiel der Himbeere. So, unser Fahrplan, sag ich mal, ist recht übersichtlich. Wir gehen wirklich 1 zu 1 strukturiert vor. Erst die Aldehyde, dann die Ketone, dann die Enole. Dann schauen wir uns die sogenannte Ketol-Enole-Tautomerie an, mehr dazu in Punkt 4. Und schlussendlich dann die Eigenschaften, weil die sich alle recht stark ähneln, die Darstellung und die Reaktion, weil, wie gesagt, diese drei Stoffgruppen sollte man wirklich als Einheit betrachten. Gut, fangen wir einfach an und zwar mit den Aldehyden. Das sind alle organischen Verbindungen, die eine endständige Aldehydgruppe oder auch eine sogenannte Formylgruppe haben, aufweisen. Das bedeutet, es ist quasi ein Kohlstoff, das mit einer Doppelbindung an ein Ohr gebunden ist und einen in der Regel organischen Rest hat und der zweite Rest kein Rest in der Sinne ist, sondern ein Wasserstoffatom. Daher endständig. Die Aldehyde der Alkane werden entsprechende Alkanale, der Alkene Alkenale und der Alkene, wie man sich vermeintlich denken kann, Alkinale genannt. Die Summformel der einfachen, also der nicht verzweigten, zyklischen oder sonst was Aldehyde lautet CNH2NO. Und das entsprechende Verbindungszufix, das den Stammnamen dann ergänzt, wird mit AL hinzugefügt und hat immer die Position 1. Es sei denn natürlich, es gibt irgendeine höhere Gruppe, die eine höhere Priorität hat, wie zum Beispiel eine Säuregruppe. So, hier als Beispiel abgebildet haben wir zwei Chlorpentanal, weil wir sagen, unsere Aldehydegruppe hier ist Position 1, also muss das Chlor automatisch an Position 2 rücken. Es gibt auch mehrfach Aldehyde, also Aldehyde, bei denen mehr als nur eine Aldehydegruppe vorliegt und bei denen wird entsprechend die griechische Zahlenvorsilbe vor das Verbindungszufix gestellt, wie wir das auch von anderen Sachen kennen. Hier beispielsweise 2 Chlorpentan-Dial. Die Positionsnummern brauchen wir hier für unsere Aldehydegruppe nicht angeben, weil per Definition, wenn sie endständig sind, es am Ende und am Anfang sein muss von Pentan. Ist die Aldehydegruppe hingegen Bestandteil einer höheren Verbindung als die bei einer Carbonsäure, die dadurch bei der Minderung Vorrang hat, da diese eine zu priorisierere, funktionelle Gruppe enthält, also selbst kein Aldehyde ist, dann wird die Aldehydegruppe stattdessen mit dem Präfix Formyl oder bei Carbonsäuren und Naturstoff mit Oxa vorangestellt, wird quasi als Substituent behandelt. Die Zeichnung Aldehyde kommt nebenbei von den Lateinisch begriffen, Alkoholus Dehydrogenatus, also so viel wie dehydrierter Alkohol, was so viel bedeutet, wie Alkohol dem Wasserstoff entzogen wurde, was ja auch Sinn macht, wenn man sich mal die Formel anschaut, statt CO. Also wir haben dann eine OH-Gruppe weniger, sondern eine H-Gruppe, da halt Alkohol zwei Wasserstoffatome mehr aufweisen. So, bei den Ketonen, die sind ähnlich den Aldehyden und das sind halt alle organischen Verbindungen, die auch eine entsprechende CO-Doppelbindung haben, allerdings mit dem Unterschied, dass die halt nicht endständig, sondern irgendwo in der Mitte ist, das heißt, die beiden Reste, die am Kohlstoff hängen, dürfen kein H sein. Die wird dann Ketongruppe genannt und entsprechend, wie bei den Aldehyden, werden auch die Ketone anhand ihres Stammnames eher bezeichnet, das heißt, die Keton der Alkane werden Alkanone, der Alkene Alkinone und jen der Alkene Alkinone genannt. Die Summformel ist identisch, logisch, wir haben ja hier die Gruppe, die bloß von außen nach innen gerutscht ist und daher bleibt auch hier die Summformel CNH2NO. Das entsprechende Verbindungszufix ist dann halt ON, für Keton, ON halt. Und auch hier gilt wieder eine möglichst niedrige Position, die als den Suffix vorangestellt wird. Das müssen wir hier zwingend machen, weil es halt nicht endständig ist und damit irgendwo vorkommen kann. Und hier gilt auch wieder, gibt es eine höhere Gruppe, die mehr Reaktivität hat, wie zum Beispiel eine Säure. Dann hat die Säure Vorrang von der Benennung und die Doppelung zum O wird als Substituent behandelt, aber das sehen wir gleich. Hier für ein Beispiel, wo es ein richtiges Keton ist, sage ich mal, V von der Benennung her, 4 Chlorheptan, 3 ON. Warum? Wir müssen so zählen von unserer Hauptkette, dass unsere CO-Doppelbindung möglichst eine hohe Position hat, unsere Ketongruppe, also eine niedrigste Position ist nur. Und damit rückt Chlor automatisch an die vierte Stelle, weil wir von rechts zählen müssen. Auch wie bei den Aldehyten gibt es mehrfach Ketone und auch hier muss entweder die entsprechende griechische Zahlenvorsilbe vorgestellt werden, damit das klar ist. Und da die reaktive Doppelbindung an den inneren C-Atomen vorliegt, da, wie schon gesagt, wäre eine Benennung in der Regel uneindeutig, daher müssen wir jetzt dann auch zwingend Positionsnummern vor die Zahlenvorsilbe setzen, damit das eindeutig ist. So, hier in dem Beispiel haben wir theoretisch ein Alken, aber Ketone haben eine höhere Priorität als Alkene von der Gruppe her, weil das die Doppelbindung reaktiv ist. Das heißt, wir müssen so zählen, dass unsere Ketongruppen eine möglichst hohe Priorität haben, also eine möglichst niedrige Nummer, also müssen wir von links zählen. Und damit haben wir hier 7 Chlor, DEC 9 En, weil in der 9. Stelle die Doppelbindung beginnt, vom Alken, 248 Trion. Wie bei den Altehyden, gilt auch bei den Ketonen. Gibt es eine funktionelle Gruppe, die eine höhere Vorrang hat, da sie wichtiger ist, reaktiver ist, dann werden die Doppelbindung zur O-Stelle mit dem Präfix Oxa benannt. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, weil das mit der Substitutionsnukulatur von den Sauerstoffatomen, die innerhalb einer Verbindung liegen, kollidiert. Allerdings habe ich hier keine saubere Lösung gefunden, bin ich ein bisschen unzufrieden selber mit. Aber gut, lässt sich wohl nicht ändern. Damit kommen wir auch schon zu den Enolen. Und wie ihr seht, die sind eigentlich quasi wie Ketone aufgebaut, nur mit dem Unterschied, oder wie Altehyde, kommt doch an, dass ich welche Reste wir haben, nur mit dem Unterschied, dass die Doppelbindung hier nicht zu einer O-Gruppe ist, sondern die Doppelbindung zu einem der Reste abgeht und deswegen eine OH-Gruppe, die die reaktive Gruppe ist. Sprich, man hat hier quasi ein H getauscht. Und ja, damit sind quasi Alkene, die an ihrer Doppelbindung zusätzlich eine OH-Gruppe haben. Entsprechend dieser Betrachtung werden sie als Alkohole des Alkens benannt und verstanden. Hier in dem Fall zum Beispiel hätten wir 4-Chlor, Hepd, 2-En, 3-O. Ich muss dazu sagen, diese Verbindung würde so nicht stabil sein. Die würde nur in einer unglaublich geringen prozentualen Satz vorkommen und sich sofort zum Keton umwandeln. Das sehen wir dann bei der Tautomerie. Aber nur als Beispiel zum Verständnis. Die Summformel der Enola lautet ebenfalls CNH2NO, was klar ist, weil wir hier quasi nur ein H auf das doppelgebundene Sauerstoff geschoben haben, wo damit das zu einer OH-Gruppe wurde. Von daher macht das keinen Unterschied von der Summformel her. Daher sind diese drei auch immer sehr ähnlich. Enole, Ketone und die Aldehyde. Aber wie ich schon sagte, Enole sind recht instabil und wechseln daher bevorzugt in die sogenannte Ketoform als einfach zum Keton oder halt auch Aldehyde, aber es wird meist als Keton betrachtet. Und in der Regel liegt das Gleichgewicht halt auf der Seite des Ketons, beziehungsweise des Aldehydes. Daher kommen sie fast ausschließlich bei Aromaten, was das sind, sehen wir in der späteren Vorlesung vor. Und dort können sie jedoch auch mehrfach vorkommen, wobei sie dort als Substituenten behandelt werden, weshalb vor dem Aromaten die entsprechende Positionsnummer mit den griechischen Zahnvorsilber und Hydroxy vorangestellt wird. Hier hat man als Beispiel eines genommen, was es auch wirklich gibt. 1,3,5-Trihydroxybenzol. Und das ist ein Stoff, der für die Papierherstellung sehr wichtig ist. So, hier machen wir mal einen kleinen Break mit einer Übung, damit wir das Grundverständnis bisschen üben können von Aldehyden, Ketonen und Enolen. Und wie immer habe ich mir ein paar Aufgaben ausgedacht mit der Bitte, ihr solltet doch mal hier die entsprechende Benennung zum gezeichneten bei 1 oder besser gesagt bei 2 ins andersland rum zu dem benannten Stoff die Zeichnungen machen. Und wie immer würde ich vorschlagen, dass ihr das Video an der Stelle pausiert. Und ich bringe natürlich zur Lösung. Und dann vergleichen wir. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Es sollten die folgenden Verbindungen genannt werden, wobei ich den Tipp gegeben habe, dass Aldehyde eine höhere Priorität haben. Im ersten Fall ist das ziemlich egal. Das ist natürlich, weil die so oder so die höchste Priorität hier haben, 3-Fluorhexanal. Bei B ist es 4-Oxa-Pentanal. Ja, wie gesagt, hier ist es dann wichtig, weil die Aldehyde-Gruppe halt wichtiger ist als die Ketongruppe. Und daher wird die Ketongruppe als Substituent betrachtet und deswegen mit Oxa vorangestellt. So, bei zweitens habe ich den Namen gegeben und ihr solltet bitte ein bisschen zeichnen. Der Name war 2,6-Dichlor-Zyclohexanon. Ja, Zyclohexan, sagt ja schon aus, in 6-Ringen aus Kunststoff bestehend und eine Doppelbindung und die muss an Position 1 sein, weil es hier nicht näher benannt ist und es die höchste Reaktivität hat. Und von da ausgehend muss man halt nur zählen, wo es Position 2 und 6 und dann Chlor dran schreiben. Bei B hat es gegeben, 3-Methyl-Hept, 4-En, 4-Ol. So, Hept sagt ja erstmal aus, ist eine Kette aus sieben Kohlenstoffatomen. An der dritten Position ist eine Methylgruppe. Gut, da zählen wir einfach von irgendeiner Seite ab, ich habe von links erzählt. Da ist die 3. An der vierten ist dann die Doppelbindung, also das Alkohol-En. Und auch an der vierten Stelle ist das Alkohol-Ol, womit wir hier ein Enol haben. Auch dieses wäre nebenbei in der Realität instabil. Damit kommen wir zum vierten Punkt, der Ketol-Enol-Tautomerie. Und Ketone und Enole muss man sich so vorstellen, chemisch gesehen sind das zwei verschiedene Konformationen, also zwei verschiedene Bauanordnungen derselben Verbindung. Und als Beispiel jetzt mal am Zyklohexanon, da liegt das Gleichgewicht stark auf der Ketonseite, in der Ketonform, seht ihr 90,98%, und nur zu 0,02% in der Enolform als Zyklohexanon oder Hexanon1-Ol. Ihr seht also, rein technisch gesehen sind das mehr oder wenigen selben Verbindungen, die sich in sich selbst umwandeln, je nachdem, wo das Gleichgewicht liegt, wo das Gleichgewicht liegt, das hängt von der Stabilität ab, denn fast jedes Keton liegt zum Teil als Enol vor, aber hauptsächlich als Keton. Und durch Umbau der Bindungen wird zwischen den beiden Formen dann halt gewechselt, bis sich das spezifische Gleichgewicht einstellt, und das hängt von der jeweiligen Verbindung ab und der Stabilität. Und dieses Gleichgewicht, was sich da einstellt, das wird Keto-Enol-Tautomerie bezeichnet. Wo und wie das Gleichgewicht, auf welcher Seite liegt, das hängt halt von der Stabilität ab, wie schon gesagt, die variiert je nach Molekül. Es gibt aber ein paar Grundregeln, denn grundsätzlich ist die Ketonform, das heißt die Aldehydform, bevorzugt, da die Doppelbindung zum O eine stabile Verbindung schafft. Es gibt aber zwei wichtige Regeln für Ausnahmen, wo die Enolform stabiler und damit bevorzugt ist. Das erste sind OH-Gruppen an Aromaten und Phenolen, denn würde sich die Ketonform, hier links dargestellt, etablieren, dann würde das stabile Aromatsystem, dazu komme ich später, aber ihr müsst mir jetzt einfach erstmal glauben, ein Aromat oder ein 6-Ring mit drei Doppelbindungen ist stabil, weil es aromatisches System ist, so nennt sich das. Es gibt ja noch ein paar andere, aber dazu später. Aber das System wird dann zerstört werden. Wir hatten ein 6-Ring mit zwei Doppelbindungen und damit ist es instabiler. Ihr seht, hier in dem Fall gibt es, sag ich mal, gar kein Gleichgewicht. Das theoretische Cyclohex-2,5-Dienon existiert technisch einfach nicht, weil es sich sofort zu den Benzenol, beziehungsweise Phenol umwandelt. Anders ist das bei Mehrfachketonen, denn hier gilt, durch das Ausbilden von Wasserstoffbrückenbindungen kommt es zu einer Stabilisierung, die die Enolform begünstigt, weil quasi, ich sag mal, fiktiv ein neuer Ring gebildet wird, der die Stabilität erhöht, weil Wasserstoff ja gerne Brückenbindungen eingeht, auch hier zum Sauerstoff. Das heißt, haben wir quasi Ketone oder Aldehyde, wo die Gruppen sehr nah beisammenstehen, also umso näher sie beisammenstehen, umso effizienter ist das. Dann legt sich bei einem der beiden Doppelbindungen die Bindung um zu den zwischen zwei C-Atome und geht eine richtige Bindung mit dem Wasserstoff ein. Gleichzeitig geht das Wasserstoff eine Brückenbindung mit den anderen O ein, sodass dauernd zwischen diesen beiden Formen dann gewechselt wird und so, dass es in diesem Tag ein fiktiver Ring entsteht. Und der ist halt deutlich stabiler, weshalb hier dann die Enolform bevorzugt wird. Damit kommen wir schon zu den Eigenschaften. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Aldehyde, Ketonen, Enole sind sich sehr ähnlich. Damit haben sie auch ähnliche Eigenschaften. Das sind zum Beispiel alle flüssigen Aldehyde, Ketonen, Enole, Aromastoffe mit charakteristischen Gerüchen und Geschmäckern. Die Kurzkettingverträger sind flüssig und gut wasserlösig, aber mit zunehmender Kettenlänge wird der Aggregatzustand halt immer fester und die Wasserlösigkeit geht verloren, weil sie stabiler werden. Darstellung, also die Frage, wie können wir Aldehyde, Ketone, Enole herstellen? Da gibt es verschiedenste Varianten, die wir jetzt alle mal durchgehen, ebenso dann die Reaktion, die sie eingehen. Das erste ist Reaktion mit Halogenketonen. Die ergeben dann Ketone, sogenannte Kettenverlängerung. Sieht man hier quasi MGX, Grignard, sollte uns jetzt mittlerweile bekannt sein. Das Halogen wird abgespalten, der Grignardrest geht weg und der Rest bindet sich dran. Reaktionen mit Amiden ergeben Ketone und Aldehyde, sehen wir hier auch gut dargestellt, auch quasi mehr oder weniger so ein bisschen über Grignard geregelt. Ich sehe gerade rechts ist irgendwie das MGX abgeschnitten, warum auch immer. Eigentlich ist da nichts, was im Vordergrund sein könnte. Aber okay, wenn man das rechts nicht lesen kann, das ist MGX und ihr seht, es kommt ein Keton dann raus. Das heißt, Aldehyd, wenn der Rest 2 Wasserstoff wäre. Reaktionen mit Alkenonen unter Verwendung von Kupfer 1 als Katalysator ergeben hingegen Enole. Sie sind auch quasi auch wieder ein bisschen über Grignard gesteuert, mit Wasser dazu und Kupfer 1 als Katalysator. Da kommen wir dann halt zum Enol. Ja, für alle, die sich fragen, das könnte auch durchaus instabil sein und würde zum Keton umklappen. Kommt auf die Reste hier auch wieder drauf an ein bisschen. Reaktionen mit Nitrilen ergeben dann auch Ketone, sehen wir hier, Nitril und dann wieder ein bisschen Grignard und Wasser ergibt dann Keton. Primäre Alkohole reagieren mit Kupferoxid in nichtwässrigem Medium zu Aldehyden. Ja, ist auch eine relativ einfache Sache. Ihr seht hier, mit Kupferoxid quasi das dient dazu, das Wasserstoff abzuziehen, zwei Stück. Wasser wird abgespalten und ja, damit haben wir dann halt das Aldehyd. Oxidation zu Aldehyden ist dann auch möglich. Und zwar, wenn als Katalysator die sogenannte Collins-Reagenz verwendet wird. Denn dann reagieren primäre Alkohole zu Aldehyden. Die Collins-Reagenz seht ihr hier dargestellt unter einem Reaktionspfeil. Und ja, die zieht quasi die Wasserstoffatomen mehr oder weniger ab. Und aus dem Alkohol wird dann ein Aldehyd. Siebtens, Oxidation zu Keton. Auch hier können wir wieder mit der Collins-Reagenz arbeiten. Man kann allerdings auch Chromsäule verwenden. Und da tun auch sekundäre Alkohole zu Keton reagieren. Selbe Reaktion quasi bei Sechstens, nur an einer Stelle verschoben. Achtens. Alkene reagieren unter Verwendung von metallorganischen Kobalt- oder Rhodium-Verbindungen mit Wasserstoff und Kohlenmonoxid zu Aldehyden oder auch Ketonen. Die sogenannte Oxosynthese oder Hydroformilierung. Ja, ihr seht, der Mechanismus hier ist ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Da seht ihr jetzt Kohlenmonoxid unten in Rot dargestellt. Und hier Wasserstoff mit Hellblau. Und im Prinzip quasi gibt es hier eine zyklische Verbindung. Mehr oder weniger fast schon eine Addition, sage ich mal. Und dann kommt halt wirklich entsprechend ein Aldehyd oder Keton raus. In dem Fall hier ein Aldehyd. Neuntens. Alkene reagieren mit Ozon zu Ketonen oder Aldehyden. Der Mechanismus ist hier ein bisschen komplizierter, deswegen möchte ich den gerne ein bisschen deutlicher darstellen. Oben sehen wir Ozon, wo es immer Partialladungen gibt, weil immer die Bindung hin und her springen. Und hier bindet sich quasi ein Ozonatom des Sauerstoffs an eine Kohlenstoff- oder Doppelbindung, das andere Kohlenstoff an das andere Sauerstoff, sodass wir erstmal quasi einen Fünfring mit drei Sauerstoff haben. Der ist natürlich nicht gerade stabil. Die Bindungen brechen mehr oder weniger um. Wir haben hier dann zwei Reste, die entstehen, einer mit zwei Sauerstoffatomen, wo eins negativ geladen ist, weil ihnen eine Bindung fehlt. Der andere Rest, quasi der schon eigentlich ein Keton ist, sage ich mal, mit der Doppelbindung zum Sauerstoff. Kann natürlich ein Aldehyd sein mit R3 und R4. Es kommt hier aber nochmal zum Bindungsumbau. Weil wegen der Partialladung, die wir halt beim Kohlenstoff, beim Sauerstoff links haben, es wird quasi wieder in Fünfring gebildet. Nur, dass halt jetzt nicht die drei Sauerstoffatome nebeneinander liegen, sondern oben die zwei Sauerstoffatome und unten quasi das dritte ist. Das ist schon deutlich stabiler. Allerdings immer noch nicht stabil genug. Die Bindungen brechen quasi wieder um, hier sage ich mal, im Ohrzeigersinn. Dabei wird einmal Sauerstoff frei. Theoretisch, klar, existiert das jetzt nicht elementar, sondern bindet sich dann wieder woanders. Und wir kriegen zweimal Keton oder Aldehyd raus, je nachdem, was die Rest sind. Und ja, hier wird aus Eins machen gleich zwei sozusagen. So, das war die Darstellung. Also, wie stellen wir es her? Und jetzt sind wir siemens, den Reaktionen. Wir reagieren unserer Aldehyde, Enholung, Ketone weiter. Und das Erste ist, dass Sie mit Anionen, also mit irgendwelchen negativ geladenen, in der Regel aus der siebten Hauptgruppe, also Halogen zum Beispiel, in wässriger Lösungen zu Alkoholen reagieren, mit einer sogenannten nukleophilen Addition, also eine Addition am Kern, wortwörtlich übersetzt. Und ihr seht, durch Anbinden von Wasserstoff an Sauerstoff kann sich das Halogen dann, oder kann das Halogen sich an Kohlenstoff anbinden. Da es allerdings eine nukleophile Addition ist, tut sich das Halogen zuerst eigentlich an den Kohlenstoff binden. Damit ist dann der Sauerstoff quasi partial negativ geladen und kann dann einen Wasserstoff aufnehmen, womit wir zum Alkohol gelangen. Das Zweite ist, dass Aldehyde oder Ketone mit Alkoholen oder Basen oder Säurekatalyse zu Acetanen reagieren. Theoretisch natürlich auch Enole, weil die würden sich ja zu Ketonen oder Aldehyden irgendwann umlagern, die meisten zumindest, und dann weiter reagieren, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Im ersten Schritt verbindet sich hier das Wasserstoff mit dem Sauerstoff. Es kommt zu einer positiven Ladung. Die Bindung klappt weg, weil Sauerstoff natürlich nicht doppelt gebunden sein kann. So ist das Kohlenstoff partiell positiv geladen. Was es dann ermöglicht, dass das Alkohol quasi sich an das partial positiv geladen Kohlenstoff bindet? Hier HOR3. Und natürlich mit dem Sauerstoff ist als reaktiver Teil des Alkohols bindet sich das daran. Und wir natürlich wie das Problem haben, dass es partial positiv geladen ist, weil dreifachbindig. Es kommt also dazu, dass das Wasserstoff sich abspaltet. Ja, und damit haben wir hier quasi schon ein Acetal gebildet, ein Kohlenstoffatom, an dem eine OH-Gruppe unten oben den Rest dran ist. Das dritte, auch ganz spannend, die sogenannte Pinakohl-Kupplung zwischen Altehyten und Ketonen, die reagieren mit Metallen zu Diohlen, die früher mal Pinakohle genannt waren und daher noch Pinakohl-Kupplung benannt sind. Ihr seht, das steuern wir hier über Magnesium an. Und das partiell positiv geladen Magnesium gibt natürlich die Möglichkeit, sich mit den Sauerstoffatomen zu verbinden, womit die Kohlenstoffatome dann jeweils partiell positiv geladen werden, weil eine Bindung fehlt, womit sie selbst eine Bindung ausbilden und wir quasi zu einer zyklischen Magnesiumverbindung kommen. Und mit Sauerkatalyse oder durch Wasserstoffallgemeineinwirkung, das hat ja gerne die Fähigkeit, Brücken zu brechen zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff, was es hier auch macht. Und das heißt, wir haben dann ein MgOH oben und ein Kohlenstoff, was partiell positiv geladen ist, weil eine Bindung zu wenig ist. Das gibt Wasser die Möglichkeit, sich anzulagern, womit wir dann allerdings auch wieder hier ein partiell positiv geladenes Sauerstoffatom haben, das dreibindig ist. Was natürlich passiert ist, das Wasserstoff bricht ab. Gleichzeitig kann ein anderes Wasserstoffatom nur auch die Bindung zu dem anderen Kohlenstoff, zum Sauerstoff mit dem MgOH brechen, womit MgOH2, also Magnesiumhydroxyd, abgespalten wird. Es kommt hier zu einem Teilalkohol, wo das andere Kohlenstoff positiv geladen ist. Und auch hier kann wieder Wasser angreifen. Das passiert derselbe Schritt quasi nochmal. Partiell positiv geladen, es wird wieder Wasserstoff abgespalten und wir haben ein Diol. Das vierte ist die Aldolreaktion. Das bedeutet, Altehyde und Ketone reagieren unter Basen oder Säurekatalyse miteinander. Bei schwachen Basen und Säuren und niedrigen Temperatoren endet die Reaktion auf Ebene der Aldole oder auch Hydroxyketone bzw. Aldehyde. Bei starken Basen und Säuren jedoch und oder höheren Temperatoren, da reagieren diese weiter zu Alkenalen bzw. Alkenonen. Jetzt wird sich der interessante Leser fragen, ja Moment, was ist mit schwacher Basen und starker Temperatur oder starker Säure und niedriger Temperatur? Ja, führt zu Mischungen. Aber wer eine genaue Sachen haben will, geht natürlich meist den Pfad zu dem Produkt, was er gerne möchte. Wir fangen erst mal mit der Aldol-Addition an, weil es ja quasi, ja ich sag mal, der kürzere Schritt ist. Und unter schwacher Basen oder Säurenkatalyse mit niedrigen Temperatoren kommt ein Aldol raus. Wir fangen also an mit unserem Aldehyde oder Keton und erst einmal durch die saure Katalyse nehme ich jetzt hier. Basisch geht es wie gesagt auch, aber sauber möchte ich lieber immer darstellen, weil ich es besser finde. Auf jeden Fall bindet sich dann das Wasserstoff an unser Sauerstoff. Es wird auch partiell positiv dar, dreibindig. Da es instabil ist, klappt die Bindung natürlich um und gibt die Möglichkeit, dass ein anderes, also hier in dem Fall seht ihr dargestellt in E0, quasi angreifen kann. Wobei bei dem selbst die Bindung vom OH wegklappt und die Doppelbindung sich an unser dann Kohlenstoff bindet, das zu wenige Bindung hätte. Und wir landen hier quasi schon, ja ich sag mal, bei einem Alkohol mit einer, ja theoretisch noch Alkoholgruppe, mit einem Dio fast schon. Wobei natürlich hier, dass eine Sauerstoffatom natürlich wieder doppelt oder positiv geladen ist, weil es unseren drei Bindungen hat. Aber wir haben hier schon mal eine Verknüpfung erstellt. Und da treibindig natürlich immer noch instabil ist, spaltet sich das Wasserstoff dann ab. Und wir landen hier quasi bei einem Alkohol mit einem Keton, da es Keton eine Höhlreaktion hat, würde man sagen, mit einem Keton. Das heißt, das ist eigentlich auch schon unser Aldo. Bei der Aldo-Kondensation geht es quasi weiter. Das heißt, wenn wir höhere Temperaturen und oder starke Säuremaß verwenden, wir sind dann quasi hier schon erstmal bei unserer Gruppe. Und wenn wir jetzt halt noch mit starke Säure arbeiten oder die Temperatur erhöhen, dann kann Wasserstoff dann nochmal unser doppelt gebundenen Sauerstoff angreifen. Und die Bindung klappt zu unserem Rest 1 hier rum. Wir haben quasi jetzt ein Diol, allerdings mit einer Doppelbindung, als wäre es auch schon erkennen. Dann haben wir nochmal einen Angriff durch ein Wasserstoffatom bei der OH-Gruppe, wo keine C mit Doppelbindung ist, sprich hier bei mir links. Womit wir erstmal wieder ein dreifach gebundenes Sauerstoffatom haben, was positiv geladen ist. Da es instabil ist, klappt die Bindung um, Wasser wird abgespalten. Die Doppelbindung wandert quasi einen Schritt weiter, damit das C dann auch vierbindig ist. Und das Sauerstoff bildet eine weitere Bindung zum Kohlenstoffauf aus, was natürlich auch unpraktisch ist, weil es schon wieder dreibindig und damit positiv geladen ist. So, hier kann sich dann wieder Wasserstoff abspalten. Und wir sind dann natürlich jetzt angekommen, wo wir ein Ende hinwollen, wirklich zu unseren richtigen, fertigen, kompletten Aldo. Und ja, das ist dann C mit einer Doppelbindung zum O und das andere C mit einer Doppelbindung zum Rest. Um das bisschen zu vertiefen jetzt, war recht viel, weiß ich, habe ich mir ein paar Übungen überlegt, mit der Bitte wieder, das Video zu pausieren und selbst zu lösen. Ich springe dann natürlich zur Lösung und wir vergleichen. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg und bis dann! Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1, es sollte die Keto-E0-Tautomerie der abgebildeten Verbindung dargestellt werden und dann entschieden werden, ob das Keton-Aldehyd oder das E0 stabil ist. Ich denke, das war gar nicht mal so schwer. Fangen wir natürlich mit A an. Klar, E0 bedeutet ja quasi nichts weiter, als die Bindung klappt rum zum C und ein Wasserstoff kommt zum Sauerstoff dran. Und hier ist natürlich die Ketonform stabiler, da es ja keinen Grund gibt, warum die E0-Form stabil sein sollte und das Keton in der Regel bevorzugt wird. Ja, bei B ist auch die Ketonform stabiler. Wir haben hier zwar einen Ring, aber ohne Doppelbindungen und damit gibt es kein aromatisches System und es gilt für die Grundregel, Keton ist stabiler. Bei C ist es so, wir hätten hier quasi die Keton in der einen Form oder ein Keton und ein Enol in der anderen Form und die sind natürlich stabiler, weil hier sich über diese Wasserstoffbrückenbindung dann quasi ein Ring ausbilden würde und der würde zur Stabilität führen, deswegen ist die Enolform hier bevorzugt. Auch bei D ist die Enolform bevorzugt, weil wir hier quasi einen Aromaten haben und in der Ketonform würde der aromatische Kreis zerstört werden, was immer zur Instabilität führt. Zweitens, ergänzende Folgereaktions- und Synthese von Altehyden und Ketonen. Gut, A haben wir quasi die Greniatreaktion als Additionsreaktion mit dem Keton und es passiert quasi ganz einfach, es bindet sich der Rest dran, dafür wird das Halogen oder das X hier quasi abgespalten und damit sind wir schon beim Keton oder Altehyd. Ja, bei W, da hatten wir unsere wunderschöne Collins-Reagenz, die mit einem primären Alkohol reagiert. Oh, sekundäre Alkohol, Verzeihung, und es kommt natürlich ein Keton dabei raus. C. Hier sollten wir entscheiden oder ihr entscheiden, was mit Kupferoxid reagieren soll, damit ein Keton in dem Fall hier allerdings ein Altehyd rauskommen soll, Kupfer und Wasser. Ja, und das konnte ja quasi eigentlich nur ein primärer Alkohol sein. Drittens, zeige den kompletten Reaktionsmechanismus, der mit starker Säure und hoher Temperatur kanalisierten Aldo-Kondensation am Beispiel des Putanons, also was wir quasi als letztes hatten, nur bei einem direkten Beispiel. Säure katalisiert heißt, das Wasserstoff bindet sich erstmal am Sauerstoff, das dann dreibindig und instabil ist, weswegen ein Enol angreifen kann, wobei sich natürlich dann das Kohlstoff an das Kohlstoff bindet. Wir kommen dann hier schon quasi zu einer Vorverbindung raus. Die fassen Diolist, nur dass das Sauerstoff zwei Bindungen hat und deswegen positiv geladen ist, was instabil ist. Es wird also einmal Wasserstoff abgespalten und wir haben schon mal ein Voradol, quasi ein Alkohol und ein Keton. Allerdings da wir die Kondensation unter starken Temperaturen, Hitze und so weiter und starke Säure machen, geht es weiter. Die Doppelbindung klappt um, Wasserstoff bindet sich an das O, haben wir quasi dann jetzt ein Alkohol und ein Enol und es kann sich nochmal Wasserstoff an unserer Alkoholgruppe anlagern, was dazu führt, dass der Sauerstoff wieder positiv geladen ist. Deswegen klappt die Bindung weg, Wasser wird abgespalten, die Doppelbindung wandert weiter um zwei Punkte hier in dem Fall, damit das C dann auch wirklich richtig gebunden ist und dann haben wir hier quasi ein OH raus. Hier klappt wieder das Wasserstoff weg und wir haben unser Keton. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war für euch interessant und spannend. Wir nähern uns langsam so den Ende der Organschemie, ein paar Vorlesungen kommen noch. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine nette Bemerkung freuen. Daumen hoch hilft auch immer. Abos helfen sowohl euch als auch mir, weil ich natürlich dann mehr Abonnenten habe und ihr automatisch über neue Videos informiert werdet, vor allem wenn ihr die Glocke anmacht. Und seit neuestem könnt ihr euch auch, wenn ihr gerne wollt, unter Patreon unterstützen, was natürlich mir besonders stark helfen würde, dann auch in Zukunft mehr Videos zu machen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!